Also einige Leute sind echt schlimm. Also denke ich manchmal, boah, wie schaffen die es, aus ihren Löchern hochzukommen. Nimm's an. Kuckuck, kuckuck, kuckuck. Nein, die kommen noch eine Runde Halo-Spielen bei euch. Ach, was mache ich denn da? Ich packe die ganzen Klamotten jetzt auf dem US-BSD. Das ist doch Quatsch. Hallo, liebe Freunde. Ein neuer Carbensalat-Abend. Heute mit Bifi-Piltergut und mir als Hauptperson. Wieso neu? Das ist die Fortsetzung von letzter Woche. Heute haben wir einen Superhotel-Controller als Hauptgast und einen Kugelschreiber als Special Guest. Ganz gefolgt von einer fliegenden Verpackung von All-Stars. Auf jeden Fall. Das tut voll weh. Heute ganz speziell für euch. Lost Level. Super Mario Lost Levels alias Super Mario Boss 2 für in Japanese Version. Ich muss mich damit auskennen, warum ich im Hintergrund sitze. Ich mach grad das Ding scharf. Und warum ich jetzt schon Lava? Keine Ahnung. Ich hab einfach die Kamera angemacht. Ja, wir stellen euch jetzt mal das Modul. Es ist unsichtbar. Das liegt daran, dass das Modul schon in der Konsole ist, du Packnase. Achso, das erklärt natürlich einige. Ich hab schon gedacht, wir spielen hier mit Luft und Liebe. Huah! Huah! Also, wir fragen uns zum ersten Mal den Special Guest. Hallo Special Guest. Wie finden Sie Mario's All-Stars? Ja, gut. Ich bin fast alt. Aber okay. Fragen wir mal unseren Gast den Controller. Wie findest du den All-Stars? Ja. Ist okay. Macht mich kaputt. Also muss ich auch nicht meckern. Ja, das war Special Guest und Guest. Und wie viel sieht's aus? Welches Spiel macht denn der Controller kaputt? Mario Party! Das habt ihr auch noch nicht. Hört ihr, das ist die neue deutsche Wende. Nein, no. Was hab ich getan? Was hab ich getan? So hört es sich an, wenn Star Wars auf dieses Rechner trifft. Mit Super Nintendo Waffen. Was machst du da? Das ist eine gute Frage. Das hatte ich auch noch nicht. Der nimmt das Mikrofon von... Also, ihr seht, wir haben nur technische Probleme. Wie immer. Du, 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 du. Ja, no, 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 no. Schau mal, ich muss den Rechner gleich nochmal neu starten. Nein, nein. Nein. Hier, fertig haben wir gefunden. Ich kann die über... Boah, das ist das. Oh, ist das hell. Oh, man. Oh, die Kamera. Es gibt keiner mehr. Das war der hier, ne? Sieht besser aus. Sieht genauso aus wie gerade. Never. Dude. Hier, siehst du den Unterschied? Ich packe ihn jetzt rein. Scheiße, ist doch mal... Jo, ist dunkel geworden, hast recht. Mein Gott. Oh, mein Gott. Tu es wieder rein, denn die Farbe fehlt. Ah, da, so ist besser. Mein Gott, dieses Piepen da. Ich glaube, ich muss das Ding echt nochmal neu starten. Fuck. Ich glaube nicht. Fuck. Ja, selbst was aufgenommen war, Super Mario. Also, äh, All-Stars. Deswegen. Mach mal lauter. Mach mal fürs Gewinnspiel. Ich... Man, du kannst es nicht. Ich bin zu... Sieg daran, dass das Ding schon wieder raus ist. Ich glaube, einfach, die Kamera davor ist vor dem Sensor. So, jetzt nochmal. Dann packe ich das so als Blue Screen rein. Mach mal weiter. Was? Einfach so abdexen. Ich bin zu... ля Sound! Dolby's round! Hier, ein Affe! Ich hab noch nicht aufgenommen, man. Ich will dich auch nicht. Ich soll noch mal üben. Ich drück A, B jetzt. Achso, ich muss Y. Hä? Ne, da gehst du zurück. Start. Ich mach jetzt mal den Sound da. Klappt natürlich nie. So. Aber echt, das könnten wir als Gewinnspiel machen, so. Ah! 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 Der dritte, der zweite ist ein Pils. Ha! Wuhu! Guck mal, ich krieg noch Punkte. Ach, komm schon! Mein Gott! Ja! Ah! Ah! Ich schrei ein bisschen viel an. Komm an! Ach, da kann man nicht schwimmen? Nein, der kann nicht schwimmen. Der kann nur schwimmen, wenn nur Wasser läppelt. Das erklärt einiges. Fangen wir noch mit vorne an, sonst würde es gerade erst anfangen. Du bist noch nicht drauf. Warte, Moment. Ich meinst... Ah! Man kann nicht durch Wasser schwimmen? Nein, kann man nicht. Was ist das doch? Das kann ich doch nicht. Warte. Ich hab den neuen Mario jetzt gefunden. Mach mal ruhig weiter. Kannst du mal anfangen? Wie? Ich hab grad für 5 Stunden erzählt. Setz dich mal hin, ich muss dir die Kamera einstellen. Hallo! Gut, ich leg mich schon mal auf. Du 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 du. Ah! Das ist okay, wa? Ja. Nur, dass da mein... Dein, 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 dein... Video erkennt mir nur mein Gesicht. So, komm mal her. Stimmt. Gut. Hey! Wollen wir das mit dem Gewinnspiel machen? Was für ein Gewinnspiel? Was für ein Gewinnspiel? Ich weiß aber wofür. Dass wir den Sound machen und dann sagen, woher kommt dieser Sound. Okay. Ich hab... Okay. Moin! Kawasan hat wieder hier mit... Wo hast du die Hülle gepackt? Ha! Ah! Super Mario! Und das? Und... Kugelschreiber! Ja, du bist auch so ein Kugelschreiber. Das wird die Musik sogar. Ja, gut. Genug gedanced. Wir haben gerade schon ein bisschen hier und sich zu offen gemacht. Okay.